connecting jetzt ja jetzt wo du dabei bist können wir also einmal eine nova gehe jawohl war das doch noch nicht halt okay findest du davor ausgehen dass man generell immer hiegel jeder bradtrick kann man aufhören ich hab's drauf gedrückt ich hab noch nicht drauf gedrückt wer hat noch nicht gut die leistung und auch 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 Ich muss aber aufpassen, wenn einfach Leute zurückgelassen So viel Trickstirmen Einfach so, ich bin lustig Raus jetzt, oder? Oh 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 Du ihn Ich lade dich gerne mit dem Boot Ja, Benno, warte auf mich, ich bin schon praktisch da Mal aggern wir, wir kommen jetzt gleich in Novorarm, müssen wir dann los? Ja Gut Ja, ist doch Kritik am System oder was? Nein, will jemand mit meinem Auto mitfahren? Nein, da sind alle ein Schiffer Ich weiß nicht, ob das Zeug durchdacht ist, was wir dort machen Gehst du das Menschen, du? Mal kurz Was hast du gemeint? Ich weiß nicht, ob das so durchdacht ist, was wir da machen Das ist komplett durchdacht Ja Das ist immer sinnvoll entgegegengesetzt, wo der Geist ist Aber dort gehen ja alle hin, weißt du? Wir haben extra die rote Zone für uns markiert Was hat denn das jetzt? Extra markiert Ich hab das Boot so geparkt, dass wir es nicht mehr benutzen können Dass wir es später nochmal benutzen können Wenn das Flugzeug kommt? 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 Ha, haha Haha Hahaha Haha Ah, jesippos Hahaha Hach, ha, 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 ha Bis zu, schud. Zitat Ja, das ist nicht Alles inkalkuliert, oder? Ist er schon drin? Okay. Vielen Dank. Wenn du jetzt so 2er wirst, Philipp, ne? Hab ich mal so genommen, ja. Ganz schön kurz, das ist ein AKM, falls hier jemand. Der Kreis kommt, wir müssen los. Oh. Das ist für mich auch überraschend. Äh. Ja. Nur so mittelmäßig ausgerüstet bisher. Ja, das... Details? Ich mach die Leistung von dir. Ich würde schon können besser performen. Muss man ganz einfach so sagen, ne? Ja. Aber von der Heilung her sehe ich bei dir jetzt... ... große Defizite. Bei mir. Ich hab nix. Ich hab aber... ... äh... ... der Lala-Shirt gefunden. Reicht'n? Hey, es sei ja nett, dass kein Aussetz-Dosen. Es sei ja nur... ... die erbrachte Leistung ist nicht gut. Wehe dein Rucksack. Das ist ja nett, dass es nicht gerne kann. Die Rucksack. Er hat gewonnen. Gehen wir dann jetzt, oder was? Hätt'n noch kein Rucksack. Ich muss schon dann auf die Container kommen und das ist ein Rucksack. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein setztes Gesicht machen, wenn ich mit dem Auto wegfahre. Dann mach's doch einfach nicht. Ich hab nix zu heilen. Nix. Ähm, dann nehm ich mit. Das ist ja auch noch Pissado. Ich würde auch mitkommen. Oh. Hallo. Ich würde auch mitkommen. Oh. Ich habe wirklich kein Rucksack. Oh. Oh. Das Heizan ist etwas so. Oh. Oh. Und den Spielzugang. Hallo. Hallo. War schon. Jetzt machen wir auch da. Was machst du denn jetzt? Ich weiß nicht, was machst du denn? Du kannst nicht doch nie fahren. Der NKL ist im... Im Auto, ja. Ja. Das ist folgende Situation. Ich habe zwei. Äh, achtfach. Das ist schon mal gut. Ich habe null achtfach. Kannst du jetzt drauf genau setzen, dass ich da sagen soll, wie viel achtfach das ist? Ich habe einen Shotgun. Kann ich die da drauf montieren, was achtfach? Oh! Oh, hallo? Das war doch nichts, die ich jetzt... Hallo? Ich habe einen Zeckbäunen. Hat er jetzt nicht so gut aufgenommen, ne? Wie viele Verbände haben hier so? Fünf. Oho. Oho. Du musst das rausfahren, Bennett. Nee, das machst du dann. Fähr doch weg vom Gräs. Du kannst dir das jetzt nicht erlauben, die Strasse zu benutzen. Du musst wirklich Gas geben. Wir müssen nämlich schon noch über die Brick. Alles rausgeholt in dem Schneider. Sollen wir jetzt noch tanken oder mit auf die Brick? Mit auf die Brick. Wenn es gut läuft, wie es mit... Oh. Hallo? 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 Oh, wo ist einer? Oh, wacht! Da ist ein Baum, da ist ein Baum. Oh, wacht! Oh! Ich bin gespannt, wie du das machst. Das gab ein Highlight mit dir. Das sehe ich schon. Sitze ich noch im Auto? Ja, 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 ist alles easy. Ja, das war's eigentlich am unsichersten. Komm schon einfach dazu, wieder. Oh, sobald wir im Gräs sind. Achtung! 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 Nö, ich brauche Gott. Kann ich mal nachhören, da ist eh nichts drin. Fadoni, Fadoni. Fadoni. Alter, sieh mal, dann müssen wir dann nochmal umziehen. Was will ich denn schon machen? Ein Mittelgräs, irgendwas. Dann müssen wir hier laufend umziehen. Kannst halt nur auf einer Giorgio-Pol fahren, wenn du willst. Keine Ahnung. Aber das... Sollen wir nicht einfach da? Nein? Ich würde da echt gerne uns so ein bisschen aufteilen in zwei Teams, wie 11, 4er, Dacia. Hier auch nicht, nein? Guck mal, das sind alle Tiere zu. Sollen wir da nicht? Guck mal da. Ja, lassen wir mal da. Okay. Schade. Schade. Der Bus hält nicht. Überall, ne? Gapka vielleicht? Wer ist das da? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand worden ist, hat die Dierer jetzt. Da sind die Dierer auf. Da sind die Dierer auf, ja? Da sind alle Dierer auf. Warum kann ich nicht aussteuern? Da sind alle Dierer auf. Warum müssen wir jetzt da hin? Da sind alle Dierer auf. Da ist eh nix mehr. Was ist mit dem Gräs? Oh! Hallo? Ganz ruhig bleiben, ganz entspannt. So, Rucksack. Weil, mir habe ich nicht getroffen. Ja, das ist schon geil. Oh, Mann. Können wir weiterfahren, bitte? Wir sind mit dem Gräs? Da wird's Ende. Wir sind mit dem Gräschen. Oh, blablabla. Wir sind mit dem Gräschen. Wir sind mit dem Gräschen. Wir sind mit dem Gräschen. Oh, was? Hm. Oh, ich komme zu dir. Möchtest du mal mal ein zweites Achtfachen? Wettes Achtfach? Ja. Oh, okay. Du hast einen Zwei-Rucksack? Du leidst. Willst du noch ein Rucksack? Wann ist das? Willst du noch ein West? West habe ich schon, danke. Hat jemand denn noch Griffe oder irgendwas anderes? Das Achtfach, wo leidest du jetzt genau? Ich glaube, dein Mitspieler, Bernhard Grünfelder, hat's aufgeheuert. Oh, okay. Ich kribbelt. Also, dann nehmst du's. Wenn ich die Tiere zumach, macht's wieder jemand auf. Ich kribbelt mal kurz das Klo, okay? Ja. K-L-O. Oder K-L-O-H. Ich müsste mal gewonnen. Ich bin ein Ammo Pisschen. Dann, na, ich vielleicht noch mal hochheile. Wäre das eine Option? Was sag'n du? Was sag'n du? Ich hab nur ein Erste-Hilfe-Koffer und ein Schmerzmittel. Ich hab keine Erste-Hilfe-Koffer, sondern Tierverband. Hab ich schon erwähnt, dass ich noch Sachen hab, die da vielleicht brauche? Jawohl, da wird schon aufgegriffelt, he? Ja, und noch mal. Und noch eins. Ganz gieriger Bock. Äh. Ja? Kommt gleich wieder. Er kommt gleich wieder. Oh! Uiuiuiui. Uiuiui. Ich bleibe ganz. Oh. 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 Toll. Sind ihr das? Ja. Das ist nicht so cool, weil, äh, ihr hab mich getroffen. Wenn ihr das nett sind, dann... Ich weiß das, aus 330 schießt ihr was, wenn man das nett hat. Ja. Ich hatt's getroffen. Bin ich beunruhigt, weil das keine ihr nicht sind. Ja. Weil ich nicht treffe, ne? Ja. Ja. Ehrlich gesagt, ja. Wenn du so nah auskommst, kann ich auch so nah aus. Ich mach mir alle Dieren, alle Häuser zu. Aber, wie gesagt, da hat's geschossen, ne? Wir haben nicht geschossen. Wenn sie dich nicht treffe, treffen sie mich gfirmt, aber auch nicht. Ja, dann schießt er wirklich. Oh. Der ist noch. Was ist denn eine MK-Zer-Ferze? Weiß nicht. Probier mal kurz zu schießen. Sieht so komisch aus, so wie ein Sniper, glaube ich. Ja. Probier das mal. Hast du die? Ja. Schieß mal kurz, äh, irgendwann hin. Was ist? Machst du das? Ja. Okay. Wir müssen dann doch irgendwann in den Eseln. Das sieht irgendwie, ja. Ja. Probier mal was. Das ist sehr nett. Bin ich echt ein netter Mensch. Probier mal was. Hast du noch getroffen? Nein. Ich wusste die Antwort vorher schon. Da war doch, äh, SR-Zer-Spieler, oder? So, ich laufe von da drauf, ja. Die steckt auf meiner SR. Ah, okay. Der Engel. Oh. Bekommt was? Also bestimmt an der, an der E-Grader, oder? Oh, wenn die gleich über die Strohsler haben. Oder wenn sie einfach vorbeifahren. Oh. Penalty, Schuss. Iiii. Ich war vorbeifahren, ich habe Lust. Ich wusste, dass ich eh nicht treffe. Manchmal wünschst du mir der N4-ATFahrer dabei. Der hätte es jetzt gelapst. Oh, ist einer, äh, bei Südwest-Lafs-Atletation noch. Ich schieße auf einer. Mein Visier ist nicht weit genug. Ist das überhaupt, äh... Ist das überhaupt, äh... Der ist zurzeit ganz da hinten. Ah jo, ist auch ja. Da schieße ich nicht drauf. Nur der Benno zieht in 5 Kilometer Overdürmer. Hat vielleicht noch jemand der Schmerzmittel für mich, oder... Ich hab nix. Ich hab vorhin geschluckt schon. Red Bull Energy, ne? Hat zwei Bandagen. Ach, ne. Red Bull Energy kann ich da gerne gavren. Ach, das ist sehr nett. Wie kann man das teilen, dass man nicht alle... Einfach mit Steuern. Warte mal. Oh. Alter, warum? Alter, es ist erlaut. Du bist so ein Arschloch. Hm, alter. Oh, der Kreis. Was mit dem Kreis jetzt? Hallo? Du bist so eine... Im Kreis. Oh. Gleich ist er mit der Helm auch geschloss. Du Kies-Ress. Hör auf jetzt! Kann ich der Dreier Helm hauen? Schieße ich auf dich. Können wir dann weiterfahren, oder? Das ist unfair. Können wir weiterfahren, dann, oder? Ja. Was machen wir? Hallo? Da ist er. Oh. Jo. Ich bin noch einer mit. Wir fahren schon. Hallo! Wir fahren schon. Alter. Da ist nix markiert. Oh, der hat uns nicht mehr gefunden. Wer war das? Wohnet auf Welle? Ich war mal ins Krankenhaus. Ich hab Schmerze. Wo ist das Krankenhaus? Ah, der ist schon. Hallo, ich wäre nichts. Gehen wir da hin? Nee, das sind die anderen hier gefahren vorhin. Okay. Wo dann? Da hat doch einer was. Genau da jetzt. Wo? Da ist nix. Da immer. Oh. Da. Ah, da sind die anderen, ja. Achso. Da. Ja? Ja, da. Super. Wir sind da. Oh! Ich bin auch gefahren worden. Nee, das weiß ich nicht. War da einer? Das sieht ja nicht so aus, als wäre du 100% frei. Geh, durch, durch, durch. Oh, da ist auf jeden Fall frei. Die Waffe nämlich. Hat noch jemand was zum Heilen? Nein, der Bernhard hat mich schon auch gefahren. Ich hab alles müssen nehmen. Oh, das ist ein Schuss, Mensch. Der hat er am 16 jetzt. Hat er da zufälligerweise, äh, Griff? In einem anderen Haus, wo wir vorhin waren. Ja. Schade. Ich bin ja der Meinung, dass mit Ogudi Positionen... Und, okay, na? Nein. Das ist Wahnsinn. Da ist noch 5,600 Schammoni und einem 16. Und ein Dreierhelm. Und ein Dreierhelm. Und ein Mini. Kommt der Auto. Ich hab noch nicht entdeckt, wo? Ah ja, ich siehste. Bei 200, 300. Ich komme. Ich glaube. Wenn man sich nicht heilt, dann ist das Geschwicht ekelhaft. Da müssen wir. Nein, der bleibt jetzt alle, oder was? Hopp schnell, Fibs, was machst du da? Ja, schnell! Kann ich deinen 3er Helm holen, wo ich vorhin bin? Den hab ich schon aufgezogen. Aber der hat jetzt der End ist halt. Ich bin jetzt ausgenommen. Wir sind alle da. Äh, einen Kjall hol ich doch, oder? Was? Kannst du den Bernard mal holen, bitte? Ja, ich sterb zwar dabei, aber... Geh nicht mehr. Kann man noch irgendwas zu heilen? Kann man noch irgendwas zu heilen? Nein. Eine Bandage, die ich jetzt... Verwende. Oh, ich hab keinen Helm mehr. Alter! Oh, Hopp. Ich lebe. Hab einer! Oh! Du kannst nicht im Laie... Verwende. Ja, aber die schießen bisher auf mich, ne? Ach, das ist Quatsch. Kannst du? Oh, was machst du denn jetzt? Hallo? Kann uns mal jemanden holen? Schnell! Hallo? Oh. Standard? Nein? Nein? Weck mich nicht? Okay. Sehr gut. Hauptsache einer ausgenommen. Willkommen immer wieder ... Wecken her... Ja, ich mach dich. Das ist immer kalt. Das ist nicht ganz schlimm. Ich mache den Grasch. Ich mache den Kors. Ja, wir haben einen. Du kannst den Kors. Hast du mir zu? Ich mache einen Kors. Nein. Ich mache diese Kors. Ich mache meinen Kors. Das ist nicht nur... Ich mache den Kors. Ich hab den getroffen Ich hab den getroffen Ich muss von der rechts raus gehen Ich muss von der rechts raus gehen Ja Ist doch irgendjemand Den Außen machen eigentlich voll Und machen die leer Ich hab auf jeden Fall noch 4 Bandage oder so Slammer noch 3 ne also außer eigentlich noch einer Nur um den Druck möglichst hoch zu halten Oh Geil Ist er doch bei uns oder? Ich hab ja nix zu heilen Das gibt's doch nicht Hallo Ich glaub jetzt sind wir Wir werden mich wieder auf dem Spiel aushalten was zu gewinnen Einen Knall hast du nix zu heilen? So Und der Fips? Bin doch dabei Wann muss ich denn los? So ein 3 bis 4 Sekunde Gleich Kann die Kay helmen oder sowas mehr Fips? Es ist nix Das ist ekelhaft da Das ist ekelhaft da Und so haben sie Das ist ein Das ist ein Der ist blind Ey Sicher? Ja Können das Sinn? Ja Der Leid irgendwo im Feld Können das Sinn ja? Ja Ich glaub Ja Dann zusammenbleiben bitte Komm zu mir Wo willst du denn hin? Meinen der Gräse Ja Ja Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Irgendwann im Busch drin 100% Links Links Ja 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 Da ist er Ne 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 Granate mehr Jawoll Fips Ja Jetzt ist er ganz so weit Wo kommt er? Komm da Hab den getroffen Jetzt rennt er Jetzt rennt er Rennt er nur 30 nach los So ist er ja Der muss da raus Der ist rechts Ja der muss sich bewege Der muss sich bewege Das waren wieder klare Treffer Links War er Fips Links Wo ist er? Kann ich euch mal heilen Fips? Amo noch? Der muss zu euch Nehmen wir immer noch alles heil zu euch was machen War es schon? Jawoll Das war ihr elffach Wahnsinn Abonniert 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 Vielen Dank.